und damit herzlich willkommen zurück zu let's play league of legends wir haben jetzt hier ein kleines remade team ich weiß allerdings nicht genau wer jetzt alles remade war also der minecraft und ich sind zusammen remade der ist auch mega gut eigentlich mit trash und ich denke mal ist auch mit blitzkrieg recht gut wir gehen nicht auf das wir gehen auf schule hat das spiel verlassen und dadurch dass wir das spiel war und ich habe der tag auf die dunkel auch zum remade team ich bin timo top da ich mit ihm und ich mal gerne das game zeigen möchte und minecraft und dac of doom sind mt mit der kürzlisch gut mit leider ja so ungefähr wird es sein die mutig sicherlich die nacht ein geschwörendes zurück im spiel auch fehl ist die 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Basalen. Ich könnte sogar was versuchen. Ich probiere das jetzt. Streamst du das? Nee, ich let's play. Das wird so lustig. Ich steal den Blue. Das wäre so nice wenn er vorsmited. Wo sind die? Lol. Ich werde die Gegend ausstehen. Nee, kann ich nicht bringen, alter. Nee, das killt mich sonst. Schade eigentlich. Ich werde die Gegend ausstehen. Das mache ich jetzt mal aus Spaß, komm. Ich stelle mich jetzt einfach mal daneben. Ich lass die nächste jetzt mal ein bisschen warm. Ist zwar doof, aber es wird sicher sehr lustig. Hoffe ich zumindest. Es ist für keiner zu sein, dass es vor der Fail wird. Na, aber schauen wir schon ob das das wird jetzt. Wer ist der Jungle? Der Jungle ist Elise. Sie kann also wegjumpen. Kann aber sein, dass er auch reinjumpft. Dann hat sie einen Jump nicht mehr. Okay, wollen wir mal ausprobieren, ob das jetzt was wird. Ah, da ist er. Okay, alles klar. Komm schon. Ah, natürlich klappt das nicht, ey. Das ist doch so doof. Ich hab das so oft gesehen mit Timo, wie man sich daneben stellt. Aber natürlich stellt sich die Elise in den Busch. Macht alles sicher und safe. Wär ja auch zu blöd. Oh oh. Wär ja auch zu blöd, wenn ich mal einen Jungler im Gegner team hätte, der nicht total sicher und safe spielen würde. Na, Adorasus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Woho. Ciao. Okay, gut. War das der Floh gerade, den ich gehört habe? Nee, dann ist sie da. Also Reboot. Immer noch. So, das lief jetzt nicht so gut. Dann gehen wir mal los. Die Elise ist am Power. Doch, wie gesagt. Wahnsinn so gewährt. Hat nicht funktioniert. Mitlein ist auch ganz schön mit dringend. Da ist natürlich nicht viel gemacht. Und das war's. Mitlein stoppt. Und jetzt ist es wieder da. Und hat 18. Ich hoffe, dass ich da kein Feedback wäre. Ich bin immer noch der 1. Durch dieses kleine Fail-Ding jetzt noch. Ich werde die Gegend ausspielen. Ich bin immer noch der 1. Durch dieses kleine Fail-Ding jetzt noch. Ich werde die Gegend ausspielen. Ich bin immer nicht in der Herre, da wir eh nicht kriegen müssen. So gut zu farmen. Jawohl! Ich rufe das so gut. Nice. So, dann muss ich aufpassen, dass er dann gefarmt. Immer wenn er versucht, den Last zu machen, muss ich jetzt meine Kuh reinballern. Ich bin noch lange in dem Game. Ja, ich glaube schon. Oh mein Gott. Jesus. Das habe ich gerade erst angefangen. Achso. Dann fange ich auch noch eins an. Alles klar. Du warst sogar eine Sterne. Du musst jetzt nicht zusammen spielen. Ja, alles klar. Wer sich wundert, der Oven ist einer aus einem Clan mit. Du bist jetzt komplett neu dabei, gell? Ja, genau. Aber er hat so bei Stark sagt. Ja. Beides so ein bisschen, ne? Und das war's. Jetzt bin ich froh. Und da hat mich Nasus gekillt. Und hat 36 Punkte. Aber war sehr unschuldig. Ja. Ja. Erstatte Meldung. Ja. 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 Und da kommt unser Mittlerner noch. Und das war's. Nexus hat 3-1. Boah, wenn die jetzt stehen bleiben, dann kriegen wir sie. Die müssen jetzt nur stehen bleiben. So, und drauf. Nein, das kann nicht sein. Nice. Das kann nicht sein, ich muss ihn jetzt kriegen, ich muss ihn jetzt kriegen. Der hat so wenig lebt, das ist die Chance. Ich hab's nicht geschafft. War ja auch klar. Aber ich hab einen zweiten Kill gemacht. Ah, ich hab... Ein Gegner wurde getötet. Das sind zwei Kills. Ich werde die Gegend ausspälen. Ich hab keinen Arm, wo ich einen zweiten Kill habe. Aber ich hab ihn. Ich freu mich. Ich bin glücklich. Erstatte Meldung. Oh, wenn ich keine Lasted treffe. Nasus hat 34, ich hab 20. Ich hab jetzt ein bisschen zusammengehalten. Da ist noch einer. Da ist noch ein paar Kräfte. Da ist noch ein paar Kräfte. Wenn ich einen... Da ist noch ein Kräfte. Dann kann man auch ein Kräfte verboten. Dann kann ich auch noch ein Kräfte verboten. kann. Den hat er nicht gesorfen. Den hat er nicht gesorfen. Und? Ich glaube schon, das kann nicht sein. Da hat er mich ganz schon runtergedamaged, aber ich habe es überlegt. Der Stunt hat nicht gesagt, dass ich den Stunt von Lasus und die Stunt der Stunt sind. Weil sie dauerlich sind. Oh mein Gott. 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 und schaden stimmt aber vielleicht sogar noch an den basal das wäre natürlich mega nice gewissen muss aber nicht passieren warum was ich spiele werde mein jambo nicht schnell umkriegen er geht es auch weg hielt sich auf hat 600 leben mittler wehrer schon wieder ich werde die gegend ausspielen da kommt jetzt 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 da kommt ja Ja, ewig hier an, dauernd aus, dauernd ausgeschlagen, den Keine enttäuscht hat. Dann ist es. Boah, scheiße. Ich habe ihn gefehlt. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Warum war das klar, dass er das macht? Das war so klar, dass er da reinhaut, einfach nur um es zu testen. Luigi, man wendet sich nicht. Ich werde die Gegend ausspielen. Ich werde die Gegend ausspielen. Es steht 3-5-0, es ist noch aushaltbar. Ich bin jetzt noch nicht so hart am Feeden. Ne, es ist halt 4-2, es geht noch. Ich habe schon schlimmer. Ich werde das nicht im Ernst. I need a good gank, Jax. Mit dem Jax könnte ich jetzt theoretisch... Ah, der ist jetzt nicht gekauft. Wir warten nicht und bereit. Ne, das ist ein Schlag. Ich kann nur versuchen, ich bin vor dem Tower immer wieder in meine Hand. Ich kann nur versuchen, ich bin vor dem Tower immer wieder in meine Hand. Ich bin hier unzerstört. Verkümmere. Was? Ist das gut, der Blendfeier hat mich gerade noch gerettet. Da ist er zu aktiv eingegangen. Und jetzt ist das auch die Zeit, wo ich anfange, keinen Pilz aufzustellen. Ich habe mir der Blendfeier gerade echt den Arsch gerettet. der Gegner hat einen Ton zerstört und dann gehe ich gleich mal back, bevor ich jetzt irgendwie was mache, was dumm ist eine von meinen vielen Aktionen und wir schauen mal, dass wir den den können wir uns gar nicht leisten, aber passt schon, lieber back gehen als sterben das nächste ist es wieder mittlerweile 4-3, ich habe mittlerweile 4-5 wir haben mal so denselben Feedback wieder ich glaube, ich bin einmal an Yasin, stimmt, ich bin einmal an Yasin und einmal an der Spinne da gestorben ah ja, stimmt ja, das war auch ihr einzigster Kill so, jetzt bombe ich hier alles zu mit Klipsen, damit er gar nicht auf die Idee kommt, mich noch mal zu verfolgen es wird nämlich jetzt ziemlich hart, es wird jedes Mal aufs selbe hinaus, es wird mich jedes Mal wieder verfolgen mit dem Flow und so mit dem Flow und so Buh! ARD Text im Auftrag des WDR